Wenn du wirklich Disziplin haben willst und wenn du wirklich besser umsetzen willst, dann gibt es einen ganz, ganz einfachen Weg. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Du kennst es sicherlich, ja? Ja, ich mache das auf jeden Fall. Ich habe es gehört, jetzt weiß ich, was zu tun ist und ich mache das genau morgen. Ja, oder übermorgen, aber alles spätestens nächste Woche. Aber ich habe einen Termin im Kalender und ich treffe diese Entscheidung und dann geht es los und naja, es dauert und dauert und dauert. Wenn dir das regelmäßig passiert, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Worum geht es? Es geht darum, dass wir als Unternehmer immer wieder herausgefordert werden. Es geht darum, dass unsere Disziplin immer wieder angefragt wird und man einfach testen muss, hey, wie diszipliniert bin ich wirklich? Weil es braucht sehr viel Disziplin, morgens aufzustehen, an Unternehmen zu gehen, zu wissen, hey, ich muss mir heute den Hintern aufreißen, damit die Mitarbeiter entsprechend finanziert werden können, damit entsprechend das Unternehmen läuft. Ich muss alles da reinpacken, damit es gut funktioniert. Dann muss ich aber auch für meine Familie da sein, dann muss ich aber irgendwie auch noch zum Sport gehen, dann will ich irgendwie auch noch meinen Hobbys nachgehen. Also es gibt so viele Felder, wo man irgendwie immer aktiv sein muss und überall klopft diese eine kleine Stimme an, tief und ruhig im Hintergrund, aber sie ist immer da. Sie wartet auf dich und sie wartet auf die Gelegenheit, die eine kleine Chance zu sagen, lass es, du musst das nicht tun. Es ist doch viel schöner, rauszufahren, sich auf die Couch zu setzen, sich irgendwie nettes Getränk zu holen und einfach nichts zu tun. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Stimme, die sagt, hey, du musst ganz, ganz viel tun, du musst Vollgas geben, mehr, 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 machst du viel, kriegst du viel, los, 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 dafür bist du angetreten, werde Überschlags-Multimillionär, los geht's. Du hast beide dieser Stimmen. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass weder das eine Extrem noch das andere Extrem dich wirklich voranbringt. Also kommen wir doch zu der großen Frage, wie schaffe ich es, eine für mich stimmige und gute Balance in der Mitte zu finden? Und das genau ist die größte Challenge. Ich habe wirklich eine Sache im Leben gelernt. Die Disziplin, die ich gebraucht habe, um im Sport erfolgreich zu werden, hilft mir in allen anderen Lebensbereichen. Sie hilft mir dabei, ein guter Ehemann zu sein, ein guter Vater zu sein, sie hilft mir dabei, mich körperlich fit zu halten, meinen Hobbys nachzugehen, meine Freunde zu treffen und insgesamt auch ein tolles Unternehmen zu führen. Und, das musst du mein Team fragen, vielleicht sogar auch dabei ein guter Chef zu sein. Das Entscheidende ist, Disziplin ist wie ein Muskel. Wenn er überreizt wird, nutzt er sich ab, dann kann er Krämpfe kriegen, kaputt gehen. Und das muss dir einfach auch klar sein. Das heißt, zu viel Disziplin kostet dich einfach wahnsinnig viel Energie. Man kann seine Disziplin erweitern, man kann diesen Muskel trainieren von, ich habe wenig Disziplin auf, ich habe immer mehr Disziplin. Wie das geht, werde ich dir gleich verraten. Aber, was du auch wissen musst, es ist mehrfach wissenschaftlich nachgewiesen, dass Disziplin dich abnutzt. Man kann nicht immer 100% diszipliniert sein. Man braucht auch die Ausnahmen, die einen wieder durchatmen lassen und regenerieren. Wie häufig du diese jedoch einsetzt, das ist eine Frage des Trainings. Also, wie schaffen wir es jetzt, deine Produktivität, deine Disziplin zu erhöhen? Das Erste ist, dass wir wirklich mit kleinen Schritten zur großen Disziplin kommen. Ich habe damals auch nicht angefangen, sofort mit 5-6 Stunden Training pro Tag, 7 Tage die Woche beim BMX fahren. Das habe ich nicht getan. Es hat sich entwickelt. Warum? Ich habe zum Anfang vielleicht 1-2 Mal die Woche trainiert, dann 2-3 Mal, dann 3-4 Mal. Und dann irgendwann war ich dabei, Mensch, ich habe jeden Tag trainiert. Dann habe ich festgestellt, ey, das macht richtig viel Spaß, ich werde immer besser, ich lerne immer mehr. Aber, ey, es gibt noch so viele Sachen, die ich überhaupt nicht kann. Davon genervt habe ich meine Trainingsintensität einfach hochgeschraubt. Das heißt, ich bin von jedem Tag 1-2 Stunden auf 2-3 Stunden hoch. Irgendwann war ich so bei 5-6 Stunden Training pro Tag. Und das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Warum? Weil ich auch in meinem Training immer mal wieder so Pausen eingebaut habe, wo ich mich regenerieren konnte, wo ich mal mit Leuten auch gequatscht habe, aber dann ging es entsprechend weiter. Und so habe ich für mich eine richtig, richtig gute Routine entwickelt, wo ich einfach in dieser Zeit wahnsinnig viel gelernt habe. Aber nochmal, es hat sich aufgebaut. Das heißt, wenn du jetzt neu angefangen hast im Sport, kommst zu mir und siehst, wie ich halt 5-6 Stunden trainiere am Tag, das 7 Tage die Woche, dann vergleichst du dich mit jemandem, der einfach vielleicht schon mal Jahre Vorsprung hat. Genau das Gleiche ist im Unternehmertum. Weder ich noch irgendjemand anderes dient dir als Schablone, als Vorlage, wo du dich mit vergleichen solltest. Denn du kennst ja den Weg dahin gar nicht. Das heißt, bleib da auch für dich entspannt und sag einfach, hey, was ist denn eigentlich mein persönliches Level an Disziplin? Wie viel Struktur habe ich denn in meinen Themen? Und darauf kann ich aufbauen. Damit kann ich entsprechend schauen, wie viel mehr kann ich mich entwickeln. Und deswegen arbeiten wir ja sehr strikt mit dem Modell der vier Lebensbereiche. Kann ich nur empfehlen, die Podcast-Folge nochmal zu hören. Weil genau damit schaffst du es ja, überhaupt mal zu prüfen, wie viel habe ich bei meiner Arbeitszeit auf dem Konto? Wie viel läuft es entsprechend bei der Gesundheit? Wie viel in meinem Bereich Beziehung? Und wie viel mache ich auch im Bereich meiner Hobbys? Und hier kann ich in klitzekleinen Schritten mich immer weiter und weiter entwickeln. Und jetzt kommt das Schönste. Disziplin. Nochmal. Ist immer die Initialzündung, etwas Unangenehmes zu überwinden. Darum geht es. Alles, was unangenehm ist, braucht Disziplin. Mein Lieblingsbeispiel ist halt tatsächlich immer der Sport. Ich liebe es am meisten, wenn ich richtig fertig bin, gar keinen Bock mehr habe, mir irgendwas zu suchen, was mich richtig nervt. Das ist halt das Sportlagene in mir. Das kriegst du auch nicht weg. Neulich zum Beispiel, weil ich keine Lust in den Gym zu gehen, weil ich halt irgendwie auch träge. Weil ich sage, ich habe da keinen Bock drauf. Und meine Frau meinte, ja, du musst dich aber trotzdem bewegen. Geh doch schwimmen. Ich sage, schwimmen habe ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Na ja, dann geh doch laufen. Da habe ich rausgeguckt und habe gesehen, Mensch, es regnet, es ist kalt, es stürmt. Und da war ich wieder getriggert. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist so eklig, da habe ich Bock drauf. So, nochmal. Ich habe eine Profisportkarriere hinter mir. Ich habe wahrscheinlich mehr Sport gemacht, als die meisten Leute wie geatmet haben. Vergleich dich nicht damit. Aber du kannst damit einfach mal prüfen, wo hast du Bock drauf, wo hast du keinen Bock drauf. Wenn deine Buchhaltung dich nervt, dann löst das Thema. Wenn du Mitarbeitergespräche hast, was endlich geklärt werden muss, dann löst das Thema. Wenn du in einer Beziehung Sachen immer nur nicht hineinfrisst, dann löst das Thema. Alle unbequemen Sachen bringen dich deinem persönlichen Ziel näher. Und dafür brauchst du einfach nur Routine und Struktur. Immer und immer wieder die gleichbleibenden Dinge zu tun, ja. Mein Körper verlangt mittlerweile nach seinen Sporteinheiten und zwar zu den immer gleichen Zeiten, ja. Auch die Ernährung oder das Aufstehen. Ich brauche mir keinen Wecker stellen. Ich werde immer zur exakt gleichen Zeit wach. Warum? Weil ich auch immer zur exakt gleichen Zeit schlafen gehe. Der Körper ist darauf konditioniert. Und das nimmt mir auch das Denken ab. Und genauso nimmt es dir auch das Denken ab. Je besser deine Routine ist, desto weniger Disziplin brauchst du. Und dann kommst du auch viel schneller auf ein Level, wo es richtig Spaß macht. Weil, wenn du permanent ein richtig gutes Level schaffst und eine tolle Umsetzung bringst, weil du einfach eine Routine hast, dann hast du Disziplin genau an dem Punkt, wo es wirklich hart wird. Wenn die großen Aufgaben kommen. Und hängst nicht schon wie ein Schluck in der Leitung, ja. Das heißt, es ist wie so ein bisschen ein Boxkampf. Die eigentliche Disziplin, die brauchst du ab Runde 10 von 12. Und die ersten 10 Runden, die müssen durchlaufen. Da musst du einfach wissen, wie das Programm ist. Aber wirklich entscheiden tut sich der Kampf in den letzten zwei Runden. Ob es auf die Bretter geht oder ob du das Ding noch rumreißen kannst. Und so musst du letzten Endes auch im Unternehmertum planen. Vereinfache dir dein Leben in allen Bereichen so stark wie nur irgendwie möglich. Damit du so wenig wie möglich nachdenken musst bei allen möglichen Kleinigkeiten. Lass andere Leute die Entscheidung treffen. Vollkommen fein. Wichtig ist, dass du deine Routine hast. Und dann auch entsprechend mal deine Erfolge zu visualisieren. Wirklich mal zu überprüfen. Mensch, was habe ich eigentlich schon geschafft? Weil wir sind alle Weltmeister darin, nur die negativen Dinge zu sehen. Und uns davon auch einnehmen zu lassen. Und sagen, ey, was läuft hier eigentlich alles gerade doof? Ich merke das nochmal wieder bei unseren Kunden. Teilweise kommen die, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Und sagen, ey, schau dir doch mal dein Video an, was wir ganz zu Beginn gemacht haben. Wie du dort deine Situation beschrieben hast. Dann schauen die sich das an und dann haben die teilweise Tränen in den Augen, weil die sich an diesen Moment gar nicht mehr so richtig erinnern können. Ja, stimmt. Ich hatte eine 80-Stunden-Woche. Ja, stimmt. Mein Konto war irgendwie nicht immer gedeckt und ich wusste nicht, wie der nächste Monat weitergeht. Das waren die Ausgangssituation. Und dann drei, vier Monate später hat sich die Arbeitszeit reduziert, das Konto ist voll, ja, es kommen neue Mitarbeiter dazu. Und dann meckern sie rum, dass es nicht schnell genug geht. Was für ein Paradoxon. Aber es ist normal, weil man sehr, sehr schnell in diese neue Routine auch übergeht. Ist auch vollkommen fein. Aber habe trotzdem Respekt vor dem, was du bereits geschaffen hast. Sei dankbar dafür, dass du nicht mehr in der Situation bist wie vor sechs Monaten oder einem Jahr. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Visualisiere dir wirklich deine Erfolge. Schau drauf und guck, was hast du eigentlich schon hinbekommen. Und dann kriegst du auch automatisch mehr Ruhe, die großen Sachen umzusetzen. Da sind wir auch bei dem wichtigsten Thema. Ziele. Als Sportler, ich lebe von Zielen. Es ist mir völlig egal, ob ich mich angestrengt habe. Die Frage ist, wie sehr habe ich mich in Zahlen angestrengt. Natürlich kannst du nicht sagen, wie viel Volumen du abgeschlossen hast im Monat. Natürlich kannst du das nicht vorhersehen, ob ein Mitarbeiter kommt oder nicht. Aber du kannst deine Anstrengung in diese Richtung nachvollziehen. Du kannst sagen, okay, habe ich heute mal 100 Leute bei LinkedIn angeschrieben und gesagt, hey, wäre total geil, wenn du bei mir arbeitest. Und wenn du das jeden Tag machst, dann kommst du auf einmal Level rein, wo du sagst, ey krass, da habe ich so viele Kontakte gemacht. Und wenn dann keiner Ja sagt, dann kann ich auch mal an einer anderen Stelle gucken. So, aber hast du Disziplin, dort entsprechend tagtäglich die Energie reinzustecken. Und nochmal, du musst es nicht selbst machen. Mach es einmal, bau das System, übertrag es. Vollkommen fein. Aber jeden Tag diese 100 Kontakte beispielsweise zu machen, ist für die meisten schon zu viel. Das einen Tag mal zu schaffen, ja. Aber das permanent durchzuziehen. Und darum geht es. Also setz dir wirklich Ziele, die den Einsatz bedeuten. Und dann freue dich auch jedes Mal drüber, wenn du diesen Einsatz auch geschafft und geleistet hast. Dass du wirklich mitkriegst, hey, richtig, richtig stark, was ich hier aufgebaut habe. Und cool, dass ich weiß, was ich kann. Und dann kommst du nämlich auch genau in diese Spirale rein. Du hast eine Routine. Du brauchst immer weniger Disziplin. Du guckst dir an, was du geschafft hast. Du merkst, wo Sachen funktionieren. Ja, du merkst, dass du deine Kennzahlen für dich selbst schaffst. Und dann kannst du eine Reflexionsphase machen und entsprechende Anpassungen herbeiführen. Das heißt, dass nicht mehr du die Dinge machst, sondern eine Mitarbeiter, ja. Dass du Einfluss darauf nimmst und sagst, okay, jetzt habe ich das ausprobiert. Ich habe sehr, sehr viel Energie da hineingesteckt, aber es hat nicht geklappt. Vielleicht soll ich die Energie in andere Bereiche stecken. Es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Du musst es für dich rausfinden. Aber hier steckt auch der große Schlüssel, da einfach flexibel in der Anpassung zu sein und nicht zu früh aufzugeben. Wann du was machst, das ist das alles entscheidend. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich es noch einmal verdeutlichen. Wenn du wirklich Disziplin haben willst und wenn du wirklich besser umsetzen willst, dann gibt es einen ganz, ganz einfachen Weg. Überprüfe wirklich deine Abläufe. Und das startet schon mit den kleinsten Sachen, wie morgens aufstehen. Das heißt, wenn du auf den Snooze-Button drückst, dann hat dein Wecker gewonnen und nicht du. Wenn du dein Bett nicht machst, dann hat die Faulheit gewonnen, nicht du. Wenn du dein Workout morgens nicht machst, dann hat die Faulheit gewonnen, nicht du. Jeden Tag wartet immer wieder diese kleine Stimme, die sagt, lass es. Meine Empfehlung ist, lass sie einfach nicht gewinnen. Und wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt in die Entspannung, dann mach es bewusst. Das heißt, entscheide dich dafür, dass du sagst, an diesem Zeitpunkt nehme ich mir bewusst die Zeit, um Ruhe zu haben, um zu regenerieren. Und da mache ich aber auch nichts anderes. Und ich mache es nicht, weil ich erschöpft bin, sondern ich mache es, um entsprechend meine Power voll zu entfalten. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Meine Empfehlung für dich ist, relativ simpel, such dir kleine Herausforderungen, die außerhalb deines unternehmerischen Kontext liegen. Bei uns zum Beispiel, das nächste, was jetzt ansteht, ist, mit dem Team einen Halbmarathon zu machen. Warum? Marathon hatte ich schon, Halbmarathon noch nicht. Aber ich weiß, dass es trotzdem nicht so easy peasy ist, vor allem nicht für alle im Team, weil jeder dann doch einen anderen sportlichen Background hat. Also gemeinsame Challenge. Das als Team zu schaffen, dafür auch ein bisschen zu trainieren, sich vorzubereiten, das ist es, was wir jetzt gemeinsam hinkriegen müssen. Also, kleine Challenge gesetzt, klares Ziel, Stichtag ist da. Jetzt ist unsere Aufgabe, das entsprechend in die Anwendung zu bringen. So, such dir also auch dort deine kleinen Themen raus, wo du einfach weißt, hey, das kriegst du sauber hin. Der nächste Part ist, achte wirklich immer ganz genau drauf, was sind die ungewollten und ungeliebten Dinge. Wenn du davon welche hast, zwing dich dazu, das zu machen. Jedes Mal, wenn du es machst, wird dein Muskeldisziplin stärker und es wird dir leichter fallen, da auch entsprechend die PS auf die Straße zu bringen. Also, fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, starte mit kleinen Schritten. Zweitens, habe messbare Ziele. Und drittens, sei bereit für Anpassung. Wenn du dann sagst, Raik, alles klar, hört sich sehr, sehr spannend an und vor allem würde ich gerne mal wissen, wie so ein Konzept auch für mich aussieht. Dass ich noch effizienter werde und besser in der Disziplin mehr Produktivität schaffe. Kein Problem. Geh auf raikane.de slash austausch. Lass uns deine aktuelle Situation mal anschauen und dann können wir überprüfen, wie für dich die nächsten Schritte aussehen. raikane.de slash austausch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020